Auf geht's heut zum Stanglbirt, ja, ein Stanglbirt, da ist was los. Auf geht's heut zum Stanglbirt, denn da ist die Stimmung groß. Ja, grotze Türke noch einmal, ha. Gibt's denn sowas, ha? Ja, bin ich jetzt nicht ein Stanglbirt oder ein Maler-Potzer, ha? Ja, wir schaffen's denn da aus, ha. Gossen, ich mag nicht mehr, Ende, finito, das war der letzte Elefant meines Lebens. Freilich magst du noch, Papperli. Schau, du selber hast ja gesagt, dass los entscheidet, und die hat's halt getroffen. Das war einwandfrei manipuliert. Ach, geh weiter, bist du jetzt lang geschimpft, hast du schon wieder einen Elefant fertig. Wird doch ganz nett. Du lieber Himmel. Ja, schön. Wie kann denn ein einzelner Mensch so viel träg machen? Ja, der pappt ja den ganzen Tisch von lauter Farbosch, statt dass er die Vieche rummalt. Na, dann mag's halt selber, oder? Ich hab euch sowieso im Verdacht, dass ihr mich verschaukelt habt. Ach, geh weiter, geh weiter. Mach dich doch nicht lächerlich. So, Kaffee ist auch fertig. Also hinter dem Menschen, der's doch die ganze Zeit nachpotzen. Mein Gott, schau dir mal an, die ganze Schürze hat er verglägt. Gehör noch, bing dir mal den Latzerl um. Nimm mir doch den Augen, aber Dali. Ah, du solltest ein Zebra sein. Schau her, das ist ja ganz gesprengend. Schäfin, Schäfin, schau einmal, die Giraffe, die schaut aus wie ein Fliegenpilz. Und der Elefant, der ist ja lila. Raus, Schach, aber schnell, geh mal, sonst passiert. Na, Operli. Wie geht's dir mit deiner Malerei? Jetzt mal der lila Elefanten. Jetzt siehst du mal, wie das ist, wenn man da blickt wird. Ich sag nur Gulasch. Aber meine lila Elefanten werden wenigstens nicht gfressen. Ja, du wolltest ja unbedingt, dass das los entscheidet. Oper, ich geb dir einen Tipp. Zebras sind meistens längs gestreift und nicht quer. Weißt du, Sylvie, vielleicht gibt's in Afrika Gegenden, wo's quergestreifte Zebras gibt. Oh, Herr, lass es mich ertragen. Ja. So, die nächste Fuhr ist gleich fertig. Geh, Papa. Ja, da, schau her. Oh, auch diese Modelle werden ihre Liebhaber finden, gell. Jetzt langs, wo aber die ganze Familie macht's über mir losdinkt. Das werd ich euch nie vergessen, solange ich lebe. Ende der Debatte. Komm mal, Schatz, ich sag, du kommst mal rüber zu mir. Na? Wie geht's denn unserem Herrn Zoodirektor? Was? Das ist ja wirklich schrecklich. Ich meine... Das ist ja schrecklich schön. Und vor allem, wobei, dieses Zebra hier, Opa, das hat irgendwie den Schlafanzug verkehrt rum an. Ich meine, das ist ein ganz entzückender Schlafanzug. Wirklich wunderschön, wunderschön. Ja, ja, ja. Amüsiert's euch nur hinter meinen Rücken. Ich sehe alles. Und was ich nicht sehe, das kann ich ahnen. Jetzt dürft aber deine Farbhaferl bald ein bissl auf die Seiten stellen, dass noch die Tassen noch Blots haben. Oh, Schatz. Unser ewiges Liebestag. Kunststück nach der langen Trennung. Ja, lass einmal schauen, Opa, das ist ja schön. Na wirklich, ganz schön, ja. Und so naturgetreu, gell? Bis auf dieses quergestreifte Zebra. Das Maß ist voll. Als Oberhaupt der Familie lasse ich mich noch zum Gespeck machen. Und jetzt lächst mir die Sache nicht so hart aus. Sag einmal, bist denn du narisch? Was? Schmeiß dir den Malerpilseln Kaffee-Kannen. Jawohl, ich bin vielleicht narischer. Weil ich sehe nur noch Elefanten. Nur noch Lila Elefanten. Alles Lila. Alles Lila. Nur noch Lila. Sag einmal, wer malt denn jetzt weiter? Der malt schon wieder. Herr Schröder. Ja, hier. Was glauben Sie, für was Sie Gehalt beziehen bei mir? Oh. Das könnt ihr noch machen, eure Rumsmuserei. Hinaus, die Gaststube Gäste bedienen. Jemand da? Noch nicht, aber es kann ja jemand kommen, ne? Das ist ja eine umwerfende Logik. Ich gehöre jetzt immerhin zur Familie. Dann wird ja wohl in aller Ruhe mal einen Tesschen Kaffee trinken können. Du Silvie, dein Toni wird schon langsam ein bissl aufmüpfig. Ja, der Opa ärgert ihn aber auch den ganzen Tag. Da zieht ein großer Möbelwagen bei uns in den Hof rein. Sieht vielleicht bei uns jemand aus? Nein. Also, das ist ja so. Was? Da zieht jemand ein. Tante Leni. Hä? Ich hab ja gar nicht gerechnet damit, dass die halt schon kommen. Der sagt das bitte nochmal, aber ganz langsam. Ich glaube, ich höre nicht richtig, ha? Tante Leni, wenn wir dich jetzt richtig verstanden haben, dann willst du hier... Ja, was ist dir denn da schon wieder eingefallen? Tante Leni, sowas muss man doch mit der Familie besprechen. Tante Leni, Tante Leni. Also, Tante Leni, das ist wirklich das härteste Stückchen, was du dir jemals geleistet hast. Peter, sag halt auch mal was. Ah, es kommt nicht. Ich glaub, ich will ihn abladen. Was? Sag einmal, da steht ein Drum-Auto draußen. Die laden lauter als Kraft in unseren Hof. Ja, was mach ich denn mit dir, ha? Denn ich werde zuerst machen, einzeln, nur mit meiner Genehmigung. Vater, bleib da! Da hilft jetzt alles nichts mehr, nicht wahr? Und ihr drei geht's raus und helft's abladen. Marsch! Was? Was? Schau her, schau her, schau her. Schauf gehst du an in dem Haus. Jawohl, momentan schon. Weil wer so narrisch ist wie du jetzt, kann keinen klaren Gedanken fassen. Ja, also, ich kann das auch nicht, aber Leni, ich bin fassungslos. Aber, hab ich gehör doch zu euch, oder? Ja, und deine Wohnung? Hab ich gekündigt. Lied? Ja, muss jetzt der Möbelwagen wieder wegfahren. Tante Leni, geh in dein Zimmer, ist besser. Papa, und du setzt dich zur meiner hin. Der Möbelwagen samt Inhalt verschwindet wieder! Ja, jetzt lass einmal an Stefan reden, Papa, bitte. Ja, also, was ich sagen möchte, besonders dir, Mama, weil du bist eine Frau, du müsstest das verstehen. Schau, du hast dein ganzes Leben deine Aufgaben gehabt, nicht? Und diese Aufgaben haben dein Leben erfüllt. Na, siehst du, jetzt kriegst du wieder diesen weichen, warmen Blick. So mag ich die Mama. Aber ich krieg keinen warmen, weichen Blick! Ja, das wissen wir schon, Vater. Du hast ihn inwendig. Hm? Aber jetzt frag ich euch, was hat die Tante Leni? Heimgeschickt hat man sie immer wieder in eine kleine Stadtwohnung, nicht? Und immer wieder ist sie gekommen mit ihren Koffern und ihrem Wellensittich und Bäder, Horst Rano, das Mistpisch. Ja, und warum? Weil sie halt auch ein bissl was von dem haben wollt, womit du, Mama, in deinem Leben so reich beschenkt worden bist. Wärme, Liebe, die Geborgenheit einer Familie. Und diesen Wunsch drückt die Tante Leni in einem Satz aus. Ich kehre doch zu euch. Stefan, das hast du jetzt wirklich wunderbar g'sagt. Mein Stefan, du bist so ein gütiger, edler Mensch. Ja, und so sozial bist so Beschränktheit. Na, also. Was machen wir denn jetzt? Nein, nein, was sagst du? Die Tante Leni zieht bei uns ein. Sag mal, wer hat denn diesen Sperrmüll da rausgestellt? Das ist kein Sperrmüll, Toni. Die Tante Leni zieht bei uns ein. Ja. Na, da legst du nieder, wie wir Preußen sagen. Halt! Halt! Halt, 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 Lehrerchen. Kaum bringt man ihnen das Kartenspiel bei, schon beginnen sie ganz unverschämt zu schummeln. Schummeln? Wie geht das denn? Herr Pfarrer, das kann doch unser Lehrer gar nicht. Dafür ist er doch viel zu tappig. Also ich darf doch bitten, ich bin nicht tappig. Nein, das ist er wirklich nicht. Halten Sie den Mund, Bürgermeister, es kommt nichts Gescheites dabei raus. Herr Pfarrer, glauben Sie ja nicht nur, weil Sie zufällig geistlicher sind, können Sie mich bei jeder Gelegenheit anflammen. Also erstens bin ich nicht zufällig geistlicher geworden, sondern wahrscheinlich, weil es der liebe Herrgott so gewollt hat. Zweitens bedarf es keiner Schwierigkeit, Sie auf die Schippe zu nehmen. Meistens merken Sie es ja gar nicht. Drittens, was sagen Sie zu zweitens? Und viertens, spielen Sie aus! Mein Gott, warum kann unser Pfarrer kein Bayer sein? Wieso, Karsten von der Tante Leni? Du stell dir vor, die Tante Leni zieht bei uns ein. Übrig hab. Ja, aber vorher hilfst du mir noch. Komm, geh mal. Dieser Strom kommt mir nicht ins Haus. Der Karsten, der kommt rein, der ist von der Mamasilie, gell? Leni, schau mal da raus, da steht der ganze Hof voller Graffe. Ja, was ist denn jetzt, raus oder rein? Ja, rein natürlich. Ist aber nett, bin schon da. Grüß Gott, mein Mann. Ja, was wollen denn Sie da? Was ich will, das hab ich letzte Woche schon dreimal gesagt. Einen Ringli ohne möchte ich gern. Ja, den kriegst du doch nicht da im Flur, sondern drüben im Laden. Ja, da ist aber keiner. Ja, ist schon gut, aber da wird ja keiner kommen. Tante Leni, könntest du dich eventuell von diesem Monstrum von Sessel trennen, der da im Hof steht? Nein, nein, in diesem Sessel, da ist der Großvater Selig schon gestorben. Den liebe ich, gell? Ja, kein einziges Möbelstück wird entfernt. Da muss ich aufpassen, komm. Also Stefan, du hast wunderbar gesprochen. Mir ist auch ganz warm worden ums Herz. Aber wenn ich den ganzen Verhauter draus zieh, dann könnt ihr alles kurz und klar schlagen. Vorsicht, Vorsicht, Stefan, schau mal. Schau mal, was mir die Tante Leni vererbt hat. Einen antiken Blumenständer. Um Gottes Willen! Oh, ist der schön. Sag mal, ich war bei Herrn Erdbeben, von dem ich nix mehr gesagt habe. Schau mal, Erich, diesen Blumenständer könnte man doch ins Schlafzimmer stellen. Was für ein Schlafzimmer? In unseres... Ja, das weiß ich halt noch nicht, ob wir mal ein gemeinsames Schlafzimmer haben. Und in dein Schlafzimmer darfst du stellen, was du willst. Erich, Erich, sag mir mal was Liebes. Dass du jetzt immer in den unmöglichsten Umgebungen so erotische Anwandlungen haben musst. Was überlegst du denn jetzt? Wie ich am schnellsten in die Gaststube komme. Ach, du Blinkinger! Wie schaut's aus, Stangl? Hast du eine Engquartierung gekriegt? Ach, was Blödsinn, aber ich bin froh, dass Sie da sind, Herr Bürgermeister. So gern's mir auch leid tut, ich kann nicht dafür, dass dieser Fahrer dieses Schild umgewälzt hat. Ich hab ihm echt noch drauf aufgeführt und gesagt, pass auf das Schild, hab er es überfahren. Stangl, wie ich dich kenne, hast du ihm doch aufgetragen, extra darüber zu fahren. Also die Antwort darauf fällt und das Beichtgeheimnis, Herr Pfarrer. Stangl, jetzt mach dir keine unnötigen Gedanken. Was? Ein Anruf genügt und ein neues Schild ist da. Herr Lehrer, sind Sie für mich noch nicht tätig geworden? Aber selbstverständlich, Herr Stangl, Ihr Auftrag wurde prompt erfüllt. Deswegen brauchst du ja nicht so blären, oder? Stangl, 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 hä? Lässt du dir schon wieder ein Brieflein schreiben, hä? Herr Bürgermeister, Herr Stangl wäre durchaus in der Lage, seine Korrespondenz selbstständig auszuführen. Ich betrachte es als eine freundschaftliche Pflicht im Hause Stangl gegenüber, ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das haben Sie jetzt schön gesagt, Herr Lehrer. Amen. Lieber Bürgermeister, wäre es nicht mal an der Zeit, auch etwas für die Gemeinde zu tun? Wie wäre es, wenn Sie mal ein paar so kleine Elefanten anmalen würden? Ja, da würde sich die Pfarrerskirchen vorig mal darüber freuen. Also, Stangl, das kannst du dir gleich abschminken. Dass ich eins von deinen Holzelefanten anmale, soll doch der Herr Lehrer machen. Meine Herren, ich bin Pädagoge, kein Maler. Und ich bin Gastrologe und kein Maler. Und ich bin Bürgermeister und kein Maler. So, so, du machst das, Herr. Du kannst das machen, hä? Du kannst malen. Ich bin beim Tapezieren, wenn dich jemand fragen sollte, lieber Stangl. Und das nicht mehr lang. Ich bin ja schon ganz blöd, ich sehe bloß einen Tapeeten. Ja, und der Stangl sieht nur noch Elefanten, Elefanten, Elefanten. Und wo er auch hinguckt, sieht der Stangl Elefanten. Komm, bleib hier, ich spendiere dir einen Schnaps, den der Stangl nachher bezahlt. Und jetzt zeige doch endlich, natürlich bezahlst du den, und jetzt zeige doch endlich mal dem Lehrerchen, was ein Gras-Ober ist. Also, der lernt dies nie. Seid mir gegrüßt. Der Birnstingl. Dein Verband wird er immer größer. Meine Kopfverletzung muss anscheinend doch schwieriger sein, als wie angenommen. Ja, das wissen wir schon lange. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben dürfte, ihr Aussehen ist nicht unähnlich dem eines indischen Maharajas. Sehr kleidsam. Ja, das hat mein alter auch gesagt. Alter, du hast gesagt, du schaust aus wie ein Maharajka. Leider muss ich mit so heftigen Kopfbewegungen noch sehr vorsichtig sein. Birnstingl, ich bin kein Freund von großen Worten, aber ich kann nur sagen, du bist und bleibst bescheuert, der Herr von Zeit. Amen. Servus beinahend. Ja, wie schau's denn du aus? Bist du nachträglich noch unter'm Omnibus gekommen? Das muss ausdiskutiert werden. Sag einmal, Birnstingl, wie setzt jetzt du eigentlich dein Hut auf? Ganz einfach, wie das Tüppelchen auf den I. Ihr gestattet, dass ich nicht einstimme? Ja, 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 wir wissen schon, dass du dich nicht mehr erschüttern darfst. Sag einmal, Peter, hast nix anderes getan, als wir, dass der Herrin umeinandersitzt, he? Nicht, dass ich wüsste! Aber ich weiß, du gehst jetzt raus und kümmerst dich um den Verhauer im Hof. Und wenn die Lehne nicht grad da ist, dann schau's, dass du was wegbringst, gell? Wohin, wohin soll ich's denn wegbringen? Ja, in mein Zimmer. Wohin sonst? Natürlich, und vor euer Haus kommt ein großes neues Bild. Gasthof zum Stangel, Metzgerei und Antiquitäten. Wohin? 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 Wohin, doch nicht schön. Ich sag halt nix. Und frag mich halt ab. Steffel, ich bin nicht angestellt, um dir deine Prüfungsfragen abzuhorchen. Also dir fällt doch jeden Tag was anders ein. Gell? Ich bin sehr erfinderisch. Ja. Aber du, das weißt schon, gell, dass wenn ich bei dieser entscheidenden Prüfung wieder durchfalle, dass nur ganz alleine du dran schuld bist, weil's mich nicht abgefragt hast. Ja, selbstverständlich ich und nicht deine Faulheit. Sag mal, woher weißt denn du, dass ich faul bin, he? Ja, das hat sich herumgesprochen. Tja. Es hat sich aber auch herumgesprochen, dass der Stangel eine ganz liebe zuckrige Metzgerei-Verkäuferin hat, die ein ganz süßes Goscherl hat, wie ein Karamellgurl. Also glaubst du, Steffel. Am liebsten würde ich da jetzt Ladenverbot geben. Tja, das geht leider nicht, weil ich nämlich hier zu Hause bin. Tja. Und deswegen bist du mir ausgeliefert. Tja, Uschi, ich mag dich doch. Mei, das weiß ich doch. Also diese Metzgerei, die muss ein ungemein erotisches Flair haben. Tja, du musst das ja wissen. Geh weiter, Markus. Druck dich wieder. Erst, wenn ich diesen Zettel gepappt hab. Weißt du, der Leni ist nämlich der Wellensittich schon wieder davon. Ach so, wie? Markus. Was denn? Markus, schön langsam, gell? Aber ganz sicher geht meine Tapete die Wand entlang, nach unten. Hast du das Fenster aufgemacht? Fräule? Ich hab doch zu dir gesagt. Du sollst auf gar keinen Fall vor dem Abend das Fenster aufmachen. Ja, aber das hab ich doch aufmachen müssen, weil sonst noch so ein Dampf drin ist. Und schrei mich nicht so aus und schrei die Jau. Oh, alter Markus. Du hast das Fenster auflassen, obwohl du gewusst hast, dass mein heiß geliebter Wellensittich, der Peterl, dass der Freil rumflügt. Also du, ich sag dir was. Wenn der nicht mehr kommt, du kaufst morgen. Genauso wie der Peterl, gell? Genauso himmelblau. Und Mama muss auch sagen zu mir. Ja, ich kauf dir einen Wellensittich. Und dir kleb ich die Tapeten wieder hin. Gut. Ich mach ja alles. Bin ja der Depp vom Dienst? Ja. Gerutscht mir doch ein Buckel runter. Kreuzweiß. Also das mach ich sicher nicht. Ja und ich, ich weiß noch was Schöneres. Wir haben schon gar was gebuttet, den ich eh überhaupt. Der Esel immer gut. Meine Familie. Und in diese Familie, meinst du, soll ich einheiraten? Wieso heiraten? Also dass ihr Frauen immer alle so endgültig denken müsst. Ah du Uschi, da fällt mir jetzt grad ein. Ich muss ja unbedingt raus und draußen helfen, gell? Also pferd dich dabei. Das Wort heiraten ist immer noch die beste Schocktherapie. Inseli, jetzt bleib doch da. Glaub doch deiner lieben Arne. Du bist noch viel zu schwach, dass du die Karten hältst. Die sind zu schwer für dich. Ich bin zwar schwach, aber so schwach bin ich auch wieder nicht. Ich brauch diese Entspannung für meine Genesung. Weil daheim, da krieg ich gleich immer furchtbare Kopfschmerzen. Ach red doch kein Schmarrn. Ich tu dir jetzt dein Peterli schön überziehen, gell? Und dann tu ich dir noch eine schöne Geschichte aus der Zeitung vorlesen. Und dann wird's dir gar nicht langweilig und dann hast du Ruhe. Schau, dass du rein kommst, aber schnell jetzt da! Und wehe dem, du liegst nicht flach, wenn ich heim komm, klar? Oh, Mannsbult, 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 Mannsbult. Mein Gott, Fräulein, oh shit! Haben Sie dieses Fritt wieder gesehen, was ich mit diesem Blutsmannsbult hab? Grüß Ihnen, Gott. Ich sag Ihnen, ich weiß nicht, wie lang ich diese enorme Belastung noch aushalt. Ja, sagen Sie mal, geht's ihm den Albern noch nicht besser, Frau Birnstingel? Ach, woher denn? Der ist doch schlimmer wie ein kleines Kind. Ich sag's Ihnen, grad mit so einer schweren Gehirnverschüttung. Da müssen wir doch ganz lange im Bett bleiben. Ähm, mein Held. Mei, hoffentlich kriegt er mir nicht noch einen Rückfall, gell? Ja, wieso einen Rückfall? Ja, ich bitte Sie, denken Sie doch einmal nach, Fräulein Uschi, wenn der mit seinem bissl Hirn und mit seinem Rausch wieder irgendwo hinrennt, ja, dann ist doch bis in alle Ewigkeit alles verloren, oder? Was wissen kann's heute der Kalbsliebe da? Äh, hä? Blauer Wellensittich entsprungen. Jetzt sauf er die Wellensittich auch schon. Entsprungen. Wahrscheinlich war er so besuchen, dass er nicht mehr fliegen hat können. Können Sie Ihre Postkarten-Einschreib-Machnahme-Briefbeickelboden? Nein. Du obergescheiter, ziemlich gescheiter Postboden, hast mir wieder verkehrte Poste in meine Briefkaste reingeschmissen, oder nicht? Vorsicht, Frau Birnstingel, gell. Als Retter Ihres Gatten erwarte ich, in Zukunft mit mehr Respekt behandelt zu werden. So. Und wenn du glaubst, dass ich dir dafür bis an mein Lebensende dankbar bin, dann hast du dich getäuscht. Wiederschauen. 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 Was soll jetzt ich mit dem Erich zu schaffen haben? Aha. Du bist überführt. Wieso sagst du Erich? Ja mei, weil er so heißt. Moment mal, nur zu deiner Information. Das ist immer noch mein Erich. Und für dich, du nicht-sagende Konditorei-Würstl-und-Fleischverkäuferin, ist das immer noch der Herr Feichtlmoser. Ist das klar? Haben wir uns verstanden? So. Und jetzt ruck unser Fleisch raus. Also, ich will ja nichts sagen, gell. Aber ein bisschen spinnen tust du halt schon, Gerdi. Oh, schön. Ja. Das nimmst du zurück. Und zwar sofort und blitzartig. Oder irgendwann anders. Also, nein, diese Stangels. Nein, das muss man selbst erlebt haben, weil sonst klappt man's nicht. Ich halt's nicht mehr aus. Ich halt's einfach nicht mehr aus. Ja, Frau Stangl, was ist denn los? Ach, nix, Susche. Ich möcht einfach bloß ein paar Minuten in Ruhe da sitzen. Braucht er's irgendwas? Ja, eine Ruhe. Bei uns ist wieder das reinste Narrenhaus. Die Leni überrascht uns mit ihrem Einzug. Der Markus rennt im Haus um eine Nacht wie eine wilde Humi. Der Leni überrascht beim Fenster aus. Unser Haus ist voller lauter Holz-Elefanten, voller Farbe. Und was macht mein Alter? Du, mein Witzerl. So, Madl, und jetzt suchen wir ein Loch, da wo ich mich nicht verkriechen kann. Und mindestens vier Wochen nicht mehr raus muss. Schäffi! 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 Schrei nicht so, die ist nicht da. Nein, aber wenn man's braucht, ist die nicht da. Ich danke dir, Susche. Aber jetzt kann ich im Moment überhaupt keinen Menschen sehen. Ich glaub, so ein Schrei! Du, Frau! Warum sagst denn du, du bist nicht da und nicht zu Hause, wenn du doch da und zu Hause bist? Herr Stange, Ihrer Frau geht's grad nicht besonders gut. Kann ich gar nicht verstehen. Warum? Du glaubst doch bei jeder Kleinigkeit zusammen. Schau mich an. Ich bin die Ruhe in Person. Grüß Gott beinand! Grüß Gott! Grüß Gott, Frau Bürgermeister! Frau Stange, Sie schauen ja gut aus. So richtig erholt. Ja, kunstig. Meine Frau ist ja auch die Gesundheit in Person. Im Gegensatz zu mir. Und wer ist schuld? Ihr Gatte, die laufenden giftigen Angriffe und Belächtungen bringen mich noch um Jahre meines Lebens. Gell? Jetzt übertreibt er aber schon, gell? Was sollt man da noch sagen, Frau Bürgermeister, gell? Ja, was wollt ihr die heute eigentlich? Ich weiß, was Sie heute wollen. Sie wollen diesen Sack mit Zootieren Ihrem lieben Gatten mit nach Hause bringen. Ja, zu was denn? Zum Anmalen der Tiere. Ich wollt's eigentlich selber alle machen, ne? Aber, Sie kennen ja den Dichschädel von Ihrem Gatten, ne? Da hat sie mir gsagt, wenn mein liebes Weiberl kommen sollte, dann geb ihr diesen Sack mit den Zootieren mit, ne? Was hat der gsagt? Mein liebes Weiberl? Ja? Jetzt glaub ich Spinner. Spinner tut der schon immer. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.